Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Die vierte Welle der Pandemie hat unser Land mit voller Wucht getroffen. Ärzte und Krankenpfleger schlagen Alarm, weil sie kurz vor ihrer Belastungsgrenze stehen oder diese längst überschritten haben. In mehr als zehn bayerischen Landkreisen herrschen Inzidenzen von über 1000. Kliniken bereiten sich auf Verlegungen vor und auch auf die gefürchtete Triage. Intensivbetten werden uns in den nächsten Wochen und Monaten an allen Ecken und Enden fehlen. Nicht nur Corona-Erkrankte, sondern eben auch Unfallopfer oder Schlaganfallpatienten. Diese dramatischen Entwicklungen, so habe ich es am Dienstag im Plenum des Landtags gefordert, müssen wir uns mit aller Kraft entgegenstemmen. Ich denke in diesen Tagen sehr viel über Weihnachten nach. Das Fest der Liebe und der Hoffnung, auf das wir alle uns so sehr freuen. Doch wie viele Menschen werden wir allein bis dahin an Corona verlieren? Wie viele Hunderte werden später unter Long-Covid leiden? Ich mag es mir gar nicht ausmalen. Mehr denn je möchte ich aktiv etwas tun und möglichst vielen Menschen motivieren, sich impfen zu lassen, Abstand zu halten und Hygienemaßnahmen zu befolgen. Deshalb tragen wir Freien Wähler die erneuten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen aus voller Überzeugung mit, zum Schutz aller Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Jedes Opfer ist eines zu viel. Und doch ist klar, zu viele Menschen werden in den kommenden Wochen und Monaten Angehörige an das tückische Virus verlieren. Ein Großteil dieser völlig unnötigen Todesfälle wird Ungeimpfte treffen. Das bestätigt euch jeder Blick auf unsere Intensivstationen. Deshalb bitte ich euch heute erneut, wenn ihr könnt, lasst euch impfen oder boostern. Falls ihr Zweifel oder Ängste habt, bitte nehmt Beratungsangebote medizinischer Fachleute in Anspruch. Die beste Waffe gegen Corona ist und bleibt die Impfung. Leider hat das bisher nicht dazu geführt, dass sich genügend Menschen im Freistaat gegen Covid-19 immunisieren ließen. Das ist der Grund, warum ich die Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht offen führen möchte. Eine breit angelegte gesellschaftliche Debatte darüber ist wichtig und Teil unserer parlamentarischen Demokratie. Übrigens, wie normal das Leben mit einer höheren Impfquote bei uns auch im Herbst und Winter aussehen könnte, sehen wir gerade in Spanien. Dort liegt die Impfquote der über Zwölfjährigen bei rund 90 Prozent. In Spanien trägt so gut wie jeder Maske. Maskenverweigerer zu treffen ist fast unmöglich. Und wenn man doch einen sieht und ihn an die Maskenpflicht erinnert, korrigiert er das und bittet noch um Entschuldigung. So jedenfalls berichten es mir Freunde. Was also machen die Spanier anders als wir? Nun, sie haben eines erkannt. Der Freiheitswunsch des Einzelnen hört da auf. Wo er das Wohl der Allgemeinheit gefährdet. Ergebnis? Corona spielt in Spanien so gut wie keine Rolle mehr. Bekommen auch wir das hin? Versuchen wir es doch gemeinsam. In einem nationalen Kraftakt. Jetzt, sofort. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.